Hallo Leute, ich bin's, Faria, es wird Illusion of Time Info. Und nicht wundern, dass es jetzt hier auf Deutsch ist, zu sagen, weil ich hab das Spiel jetzt auf meinen neuen Computer auf Deutsch geholt und so. Aber das ist jetzt nicht das, was ich ansprechen wollte, sondern mein Problem ist, mir fehlen zwei Videos zu Illusion of Time. Es war nicht so schwerwiegend eigentlich, weil wir kämpfen im Grunde gegen Bosse, die wir schon mal bekämpft und besiegt haben. Also es ist jetzt mal als Bossgegner recyceln, mehr nicht. Also so wichtig ist das nicht. Und, aber die Leute, die doch das gerne noch sehen wollen, da kann ich jetzt die Illusion of Time Info von dem tollen Igel empfehlen. Ich hätte auch gerne einen Link in die Beschreibung gepackt, aber da ich ihn leider bisher nicht erreichen konnte und ich nicht weiß, ob er es gut heißen würde, wenn ich einfach, ohne ihn zu fragen, einfach links zu seiner Fälle hier sitze, Also werde ich jetzt einfach sagen, guck einfach bei der tolle Igel rein und schaut auch seine Fälle an, weil er macht das auch sehr gut. Und, ja, das war es eigentlich halt. Tut mir echt leid, dass ich diese zwei Videos nicht geben kann, die sind leider verloren gegangen und bis ich dahin spiele, das wird dann auch eine Weile dauern. Denn so kurz ist das Spiel eigentlich auch wieder nicht, dass man nochmal schnell dahin spielen kann. Tut mir echt leid, Leute, aber im Grunde verpasst ihr eigentlich nicht. Es ist wirklich Bossgegner recyceln, mehr nicht. So. Das war es dann von mir. Ich hoffe, ihr seid nicht so sehr enttäuscht darüber. Mathe, nee, Leute.